und scheiße man das ist ja in Sachen Wacken ist gar nicht mehr zu übertreffen ich versuch's trotzdem so sie sieh aus fett 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 Neues Rap Battle RBW 1000 Euro Preisgeld Schon okay Die Rapper hier kenn ich nicht Also will ich endlich mich Ich mische meine Tracks Mit Virtual DJ Klingt scheiße Und krieg keine Features von Lance TJ Weekend oder Ants Theo Ich denk schon wieder Gib mal das Theo Ich denke Dass ich hier sehr schnell fliege Weil ich nicht besser rappen kann Hör darauf zu lachen man Doch selbst wenn ich nicht siege Komme ich an das Preisgeld ran Denn was ich kann ist zielen Mit Schnellstoffwaffen spielen Und wenn ich hier fertig bin Seid ihr alle tot Ich hab nur noch ein Problem Und zwar kann ich nicht zielen Deshalb weiß ich am Ende nicht Ob mir noch Zeilen fehlen Dann mach ich einfach weiter Denn mein Rap ist so doll Der wickst euch ins Gesicht Und mein tighter Flow Euch alle jetzt hier verfügt Ich rapp nicht weil ich so gut bin Sondern aus Langeweile Oh scheiße War das schon die 16. Zeile? Egal ihr fragt euch was der Dreck Mit der Maske soll Mein Rap ist mir peinlich Und er kann wenden Wenn ich so toll Meine Rap Kategorie Nennt man Haus Maus Und wenn ich dafür 1000 kriege Lache ich die Armen aus Die dafür 3 Jahre lang schuften Und sich vom Glück der ersten Welt In Sturten Stürzen Und ihr wollt mich jetzt battle? Man tat sich mit dem Tiger Denn jeder das es bisher gewagt hat Ist daran gestorben Also niemand Tja Sollte ich überraschenderweise Das Battle nicht gewinnen Und weil das den Auffang trotzdem werden Weil ich wenn ich nichts mach Voll lange weil ich sterb Mh Ein Hook von Eminem Ist nach der Quali ja sicher Und seit der Eminem sich weigern Ist Eminem ein Striche Joa Das Ding ist im Platz Könnt noch mal sein Dass die Kacke Ein bisschen leise geworden ist Aber Dann immer ruhig Und jetzt hab ich noch ein bisschen von Lied Und ansonsten Was ist das?